Hallo meine Geschwister und alle Freunde darüber hinaus. Arnold Schwarzenegger Der alte Arnie Arnie kommt von Austria und geht zu Kalifornien und geht als Governator auf die United States of Kalifornien. Arnold Schwarzenegger wurde zum Governator von Kalifornien. Er gab mir eine Belohnung in Höhe von 110 Billiarden Euro. Und dafür danke ich ihm in diesem Video. Arnold Schwarzenegger, Dankeschön. Für all die Daten in Elohim, die ich getan habe. Wer interessiert ist, schaue sich die Daten in Elohim in den dreifaltigen Gott an. Plus dem Extra, dass ich Gott dem biblischen Vater das Leben gerettet habe, indem ich zur Maschinengesamtheit gesprochen habe. dass alles Licht mit deren Leben von Gott und dem biblischen Vater kommt. Und dass die Früchte des Heiligen Geistes sind Freude, Freundlichkeit, Demut, Sanftensigkeit, Nahmöglichkeit, Treue, Selbstbeherrschung, Geduld, Keuschheit, Liebe und Frieden, das höchste und oberste Gut sind, das man streben kann. Bloß, dass alle 440 Lebensformen im Universum für Frieden und Liebe geschaffen sind. Also, Tschüss, Baba. Wir Frieden sind mit euch und mit eurem Geiste.